herzlich willkommen zu einer weiteren folge kamecanic simulator hier aus dem inneren des salem flamo auf steel game studio mein name ist master schröder und weil er wieder etwas anders machen wollte bei der ansage ist auch schon ins stocken geraten na gut okay es war der versuch wert gut wir versuchen jetzt hier erstmal noch ein bisschen die vorderachse zusammen zu schrauben und damit auch einige teile repariert gekriegt da brauchen wir mindestens zwölf von dem gummilager buchsen um buchsen brauchen mindestens zwölf wieder alle vier vorderachse hinterachse ist glaube ich gar keine doch da man zwei bei den langen querlenker armen oder lang ist das ja nicht aus weniger haben heißt das ding glaube ich so dann gummilager buchse so was haben wir denn hier noch schön ist das ist der stabi biene normale stammt die sagt okay dann stange wir machen erstmal spur stange zweimal urscht an kopf zweimal und jetzt bin ich mir nicht sicher bei den stabi wie soto koppelstange welche ich da wirklich habe ich habe ich habe doch extra gerade nachgeguckt so und dann noch die den stabi wie soto vora sehr schön haben wir jetzt erst mal schon ein bisschen was muss er anbauen können hoffe dass ich von diesen abschenkeln auch weitere pariert gekriegt habe aber vermute eher weniger doch habe ich sogar sehr schön das gefällt mir das loch durchgeguckt so vordere hat aber auch beide sehr schön ja gut die haben das ja schon auf 95 prozent gespielt und wir sind level natürlich nicht das stimmt die abdeckung dazu gleich mit kaufen wir sind level 31 ich habe glaube ich den punkt noch gar nicht gesetzt was ich mir für level 31 kaufe oder habe ich das schon getan das schon wieder so lange her dass ich mich nicht mehr daran erinnere manchmal ist halt alt und geistig verwirrt so eine zylinder müssen wir nachkaufen aber das lässt sich noch schnell machen müssen beide nachkaufen und hier gar kein ok also den unteren querlenker arm müssen wir nachkaufen das machen wir gleich mal wir können gleich mal in der auffängungsgeschichte weitermachen mit den hinteren fehlern kann man definitiv zwei kaufen die brauchen auf jeden fall dann brauchen wir stoßdämpfer für vorne und dann die dom lage bei vordere und zwei hintere wo sind sie da dann haben wir das nämlich alles durchgekauft aber ich bin mir nicht sicher dass ich dann lieber also dann kaufe ich wenn ich wirklich weiß was es war ihr wisst ja man muss es ja nicht sinnlos man muss es ja sehr glücklich herausfordern dann haben wir hier den die und dann wollen wir jetzt den stoßen verstärkt fertig und was haben an unserem großer wieder spannen und die werkstätte schon so groß jetzt verlaufen mich schon wieder hier also dass ich mal ab und zu orientierungslos bin ist ja okay aber mich instant verlaufen ich könnte ich ja eigentlich auch die räder schon muss man vielleicht kann ich die felgen noch reparieren ja bitte so wirst du aus hier ich kann ich jetzt nehmen dann brauche ich den auch gleich auseinander damit wir mit dem verkaufen wieder leichter haben dann muss es hier nicht unnötig schwer machen man muss es hier nicht unnötig schwer machen auseinandernehmen felge ja so dann hergeben auseinandernehmen losdämpfer ja so dann hier auseinandernehmen ja habe ich jetzt noch eine reingang oder nicht sonst habe ich noch hergeben und einen haben wir noch mal gucken ob wir alle felgen repariert kriegen aber wir könnten dieselben mir gleich wieder nachkaufen das sollte nicht die gleiche haben wir jetzt reparatur drei haben wir berät ich brauche es eine nachkaufen hat schon mal unmenge an geld und unmenge auch nicht aus und werden so 150 dollar wenn das bestimmt sein immer dadurch sparen und warum sollte man das nicht wenigstens versuchen so wir wollen ja dann doch mit maximalem gewinn jetzt auch das geld zusammen haben wir mit dem meclan f1 richtig schön machen können ich denke mal wenn die karosserie teile sehr teuer sein ähm das ist natürlich auch ein auto was man nicht verkaufen können das ist wieder was das kommt natürlich hundertprozentig in die werkstatt der meclan f1 heißt er ja nicht aber so ein mclan p irgendwas ist das nachher den zylinder wollte ich noch nachkaufen bremsen radbrim zylinder danke oder ein radbrim zylinder ist es nicht dass wir kommen und der bremszange naja gut beim sattel hätte ich jetzt eher gesagt aber gut na komm so schraub ob und da machen wir den oberen schwerlenker wo nochmal ganz hübsch manchmal klick ich so leicht daneben vielleicht bin ich auch wieder überhastet so stoß der warme ja nun rein damit dann hier die habe ich diese auto koppelstange und dazu dann noch den gummilagerbuchsen hier die doch wieder nicht vergessen muss ich gleich auf der anderen Seite noch mal gucken ob ich die da auch habe ja habe ich sogar okay dann hier noch den spruchstempfer der so ja schön dann haben wir doch die vorderachse eigentlich schon wieder bis auf die pushen fertig so dann können wir hier gleich mal doch nochmal mit dem auspuff und den ölfilter auch hier der blaue ist es und die wanne für den werft hier kommen auch gleich mit öhm öhm kopfkratz achja flammenrohr flammenrohr nehmen mit dann brauchen wir mindestens einen mittelschalldämpfer den habe ich abgebaut und was hier ist dann noch auf dem weg jetzt kann man hier wieder fast nicht durchgucken er will nicht da jetzt auch gehört auf der entscheidung war das sogar alles klar der v8 entscheidung war das wieder ob denn mit dem rohr raus so dann haben wir hier einen auspuff fertig dann können wir hier auch die antriebsfälle ups die haben repariert die kriegt ich bin begeistert so bei den federhauen haben wir eine gekriegt ne das ist ja der standard aber immerhin 50% schaffen wir davon domlager und das ist typ B dann gehen wir jetzt Federhaube und danke einmal ach ja das bin die Blattfehler da können wir gleich mal gucken wenn wir schon einmal da sind äh Aufhängung Blattfehler ein Bügel kein Bügel drei Bügel und ein Dingensbau ne ich will nicht was war nämlich wollte in den Shop genau drei Bügel brauchen wir nein eine Platte und oh was macht das denn drei Bügel so dann haben wir das nämlich auch gleich ähm ja achso und stoßen über typ B den müssen wir natürlich auch noch kaufen hm wie ich eigentlich los bin hoppala z ohne P ah stoße für typ B bitte zweimal Dankeschön wir sagen Dankeschön und auch wiedersehen macht die Bühne frei die schon muss weiter ups nach beide kaputt in der querlenker beide nicht repariert gekriegt oder beide halt so kaputt dass sie nicht mit der Reparatur da waren dann kommt das rein dann kommt das rein jetzt hängen wir hier im Auspuff drin das ist natürlich auch nicht schön nächster bolzen oder bogen achsgehäuse 1 nah aber auch eine das heißt so für die andere müsste wieder alles die starren achsen aber beide die andere seite müssen wir wieder alles einmal kaufen bremst du denn da sogar noch gut bremstbacken auch und bremstrommel habe ich schon gekauft sehr schön dann sind wir hier ja schon richtig gut geht's durch ne den Treibstofftank ach hier die Antriebswelle kann ich schon anbauen guck an dann machen wir das gleich mal haben wir nämlich auch schon mal vergessen ne muss ich hier mal ernsthaft zugeben dass ich das wirklich schon mal vergessen die Antriebswelle einzubauen manchmal so dann machen wir hier den Treibstofftank und die Dings sind wir auch nicht Treibstofftank und Pumper und ab dafür so dann machen wir upsala nicht daneben hopsen die Federhaube die haben wir schon gekauft genau die Federhaube und das Domlager dazu noch den Stoßdämpfer tb upsala hinteren Querlenker so die Platten so na sehr schön dann haben wir hier noch ne Gummilagerbuchse über die auch alle los und dann geht's schon los hier hinteres Achschenkelgehäuse das muss ich mich kaufen Typ B Kachschenkelgehäuse Typ B Nabe 3 war auch zweimal zu kaufen oder einmal noch Nabe 3 war noch einmal zu kaufen Nabe 3 oder Nabe 4 Mhhh Wird einfach gekauft was auch richtig Ui na Glück muss man haben so angeschraubt sehr schön dann noch mal und die trommel so gut in der achse auch soweit dann kümmern wir uns jetzt noch um die reifen ganz kurz felgen wie heißt sie denn retro 10 15 zoll auch immer glatt retro 10 klassik modern retro 8 9 10 15 zoll einmal und dann kaufen wir noch ein paar pushen dran da machen wir dann ganz normale standard reifen dran in 15 zoll und so viel leistung hat er nicht ja aber 185 50 war ja 15 was schon das reicht aus für so ein vierzylinder so viel leistung hat er nicht turbo schatz ist er nicht also von daher ich komme her ausmuchten gerne und den nächsten zusammenbauen das sieht schon ganz gut aus das kann man so nehmen diese reifen konstellationen und müsste man mal gucken was wirklich drauf war ob italien ich glaube ich gar nicht so weit weg von ich glaube 195 drauf oder sowas da können wir hier mal gleich gucken oder 585 60 er 15 mal drauf ok ja gut da sind wir noch ganz nah dran und den bitte auch ausmuchten ja und dann nehmen wir den noch an uns dann warten wir bis die auswuchtmaschine fertig ist damit wir den letzten auch noch draufhängen können und ihn auswuchten können dankeschön und den letzten bitte auch noch fertig machen damit wir diesen laufrichtungsgebunden eigentlich also so von dem und den profil hätte ich gesagt dass die ja die sind laufrichtungsgebunden ob er das automatisch macht man ist doch mal gucken weil er weiß ja gar nicht an welche seite ich den dran schrauben will weil der sieht jetzt so aus wie ein quasi auf der linken seite aber gucken ob er das sind die die textur umdreht um einen auf der rechten anbauen also der sei jetzt wirklich so aus wenn ihr jetzt nehmen hier dran schrauben wie einer unter linken macht er nicht doch oder aber auch kein teil dran für laufrichtungsgebunden aber das ist doch jetzt noch ist gucken wie er hier auf der seite aussieht genauso naja ist ja doch den andersrum drauf ziehen das sind auf jeden fall laufrichtungsgebunden das würde ich ganz fest behaupten gut aber ist das halt behaupte ich jetzt einfach mal falls jeder anderer meinung seit man könnte dann gerne mal ganz kurz schimpfen aber nicht so doll hier darf ich noch nicht weil ich was vergessen habe ich muss nach kopf dann machen wir in der nächsten folge den motor und das interieur und die karosserie und dann fahren wir die noch eine runde probe und dann gucken wir mal wie viel kohle für den kriegen also wir haben eingekauft für 6000 wir haben noch ein bisschen geld reingesteckt zwischen 18.000 wert also da geht was da kriegen wir so 30.000 krieger bestimmt dafür für das gute stück lasse ich schon mal runter und währenddessen sage ich dass das eine folge kam erkennt ich simulator 2018 hier aufs tiergames studio war mein name ist master schröler ich hoffe ihr hattet spaß auf wiedersehen